So Leute, Willkommen. Schnitt hat Gott gesagt, ich spiele entweder Glass oder Fuse. Ja, ihr seht es ja links oben, was ich spiele. Außerdem spiele ich mit Controller, wie ihr seht. Ich habe meine Ding-Settings ein bisschen höher eingestellt. Das heißt, meine Aim-Settings, dass es nicht so langsam geht, mit dem Kreis es heißt, dass ich mich schon zu schnell bringen kann. Und der Ad-Tryhard ist halt todesdicht. Oh mein Gott, er spielt den Lord. Alles klar. Nein, habe ich nicht. Das findet... Nein! Nein! Ja, das sieht man nicht. Das stimmt. Nicht mehr? Weiß ich nicht. Ich sehe auch nicht, ob meine HP-Ansage ist. Ist das normal? Die sehe ich auch nicht. Das ist ein bisschen schrecklich. Okay. Ich sehe es nicht. Nee. Half-Life ist der? Lol. Von was bist du Half-Life? Lol, ich hab dich genau da gehört und die hat wirklich perfekt gesessen läuft. Nee, wird sich nicht mit der Ash-Ladung. Alter, ich geb dir gleich. Die Fresse, ich spiele aber kein Fuse. Fuse ist einfach nur retarded. Mit dir? Gotcha. Als ob du meine Drohne... War das gewollt? Was? Ja, natürlich. Ah, bin ich behindert. Siehst du, das ist zum Beispiel was, was ich hasse, Alter. Ich glaube, ich bin nur noch Half-Life. Oh, Junge! BAM! Ich hatte vielleicht 5 HP oder so! Ich will nicht mit Controller, gell? Wuhuhuhu! Punkt gegen Schnitt ist da, Alter! Hahahaha, du Opfer! Das ist so deprimierend für dich! Hahahaha! Hahahaha! Too good, man! Too good! Oha! Lacker! Ich wusste genau... Hey, ja und, Alter? Aber mein erster Schuss war einen halben Metern im Kopf vorbei. Ja, ja, ich wusste, dass du da bist. Easy, Noob, Alter! Get Wrecked by Controller, Digga! Get Wrecked by Controller, Alter! Easy, 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 Alter! Hahahaha! Wuhuhuhu! Schnitte? Willst du irgendwas noch dazu sagen? Hahahaha! Hahahaha! Ich beginne halt selbst mit Controller! Hahahaha! Oh, Schnitte! Schnitte, Schnitte, Schnitte! Was willst du so zu deiner Verteidigung sagen? Gibt's da irgendwas, was ich wissen sollte? Gibt's da irgendwas, was ich wissen sollte? Schnitte, Sprachlos, da raus ich nicht mehr! Kann ich's verstehen, du Opfer! Hahahaha! Schnitte? Hast du Angst? Ob ich Angst habe? Ja? Nein, warum? Naja, es ist... Du, du weißt ja schon gegen, wie du grad spielst, ne? Und ich mein... Du kassierst jetzt eklig! Ich mein, das ist so, sobald... Sobald ich dich seh, bist du einfach tot! Weißt du? Erstens ist das Unfall. Es ist zwei, die spielst du einfach mit Maus, die Hure. Was? Mit Maus, die Hure? Bist du behindert? Ich hab' die Aufnahme, das weißt du, ne? Ich nehm' auf. Wusste ich doch. Oh, meine Mutter hat mich grad gerufen, das ist voll abfragt, dass sie jetzt irgendwie 40 HP oder so hat. Ohhhhhohohohohoho! Drei und zwei, Alter. Richtig im Maus, siehst du das? Richtig im Maus, Alter. Das ist so'ne Blamage, Digger. Er wird von Control erzüliiit. zu gut, Alter Halt die Fresse jetzt mit deinem Eingespielt, Alter Wir spielen genau gleich lang und ich spiel mit Controller Alter Rage bin doch gegen Controller, Alter ich hab ein Matchpoint, du Pfeife Warum? Warum willst du wissen, wo? Du siehst ja gar nicht, wie viel angezeigt wird, du Witzbold Loll, er gewinnt das Ding Mit das No way, Alter Bratz, Alter Er rage quittet vom TS Er rage quittet vom TS Er wurde einfach vom Controller zerlegt, Männer Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft, Alter Ah, ist das schön Oh, wie ist das schön Geil, Alter, wenn euch die Folge gefallen hat Dann lasst einen Daumen nach oben da Ich glaub, der weint die nächsten 5 Tage Dann sehen wir uns beim nächsten Mal Haut rein, Leute, ciao